Musik Ja, was dem Franzosen sein Baguette ist, dem Italiener seine Vespa und dem Deutschen sein gelber Sack. Ja, wir sind Mülltrenner, wir sind wahrscheinlich sogar Mülltrenn-Weltmeister. Auf jeden Fall sind wir die besten Mülltrenner der Welt, das ist mal klar. Und das ist auch genau das Thema heute aus dem Unterallgäu und Memmingen. Denn der Landkreis Unterallgäu möchte, bisher muss man die Sachen hier abgeben auf Wertstoffhöfen, ab 2019 eine gelbe Tonne einführen, die dann abgeholt wird. Das ist, werden Sie gleich sehen, ein relativ großer Schritt und den erklären wir Ihnen jetzt. Ein ganz normaler Tag auf dem Wertstoffhof im Unterallgäuer Ottobeuren. Wenn der Wertstoffhof auf hat, sind die Ottobeurer auf den Beinen und liefern fleißig an. Holz, Glas, Styropor, Kunststoffe, Bauschutt, Papier und Elektroschrott, das sind alles so Sachen, die hier getrennt, gelagert und für die Weiterverwertung gesammelt werden. Einen großen Anteil an der Müllmenge, die hier an vier Tagen in der Woche abgegeben wird, haben die Verpackungen, die im Unterallgäu im gelben Sack gesammelt werden. Den gelben Sack gibt es noch nicht lange. Noch vor ein paar Jahren wurden die Verpackungen sortenrein getrennt und gespült, einzeln an den Wertstoffhöfen im Unterallgäu abgegeben. Ab 2019 steht eine neue Veränderung ins Haus. Statt des gelben Sackes wird es dann künftig eine gelbe Tonne geben. Und die Unterallgäuer müssen den Verpackungsmüll dann nicht mehr bringen, die Tonne wird abgeholt. Anlass für das Landratsamt, sich diesem Thema anzunehmen, war ein neues Verpackungsgesetz, das 2019 rechtskräftig wird. Man wollte ja eigentlich zunächst ein Wertstoffgesetz, das hat nicht funktioniert. Man hat sich auf ein Verpackungsgesetz geeinigt und da gibt es nun eine neue Regelung über die Kostenbeteiligung. Und jetzt ist es also so, dass sich dann ab 2019, da gilt das Verpackungsgesetz, die dualen Systeme entsprechend der Menge, die an den Wertstoffhöfen erfasst wird, an den Gesamtkosten beteiligen müssen, beziehungsweise entsprechend ihrem Volumen an Leichtverpackungen, die an den Wertstoffhöfen erfasst werden, beteiligen. Und da gibt es natürlich Unterschiede, weil man weiß, Leichtverpackungsabfälle sind sehr voluminös und wiegen wenig. Und das ist genau das Problem bei dem Thema. Bisher wurde nach der Verpackungsverordnung der Kostenanteil der dualen Systeme anhand der Einwohnerzahl, der Größe der Wertstoffhöfe, der Personalkosten und der Betriebskosten errechnet. Circa 600.000 Euro im Jahr bekommt der Landkreis für die Entsorgung der Wertstoffe. Ab 2019 zählt aber die tatsächliche Menge der abgegebenen Wertstoffe. Ein neues Gesetz heißt auch neue Verhandlungen zwischen den Partnern, den dualen Systemen, die für die Rücknahme der Verpackungen mit der Industrie zusammenarbeiten und dem Landkreis Unterallgäu als kommunaler Partner. Im Landratsamt in Mindelheim hat man sich für die Gelbe Tonne entschieden und geht mit Rückendeckung der Bevölkerung in die Vertragsverhandlungen. Wir haben nicht gesagt, jetzt führen wir die Gelbe Tonne ein, Punkt, sondern wir haben im Umweltausschuss des Landkreises Unterallgäu beschlossen, jetzt mal möglichst präzise zu erfragen, wie denn die Bürger des Landkreises Unterallgäu darüber denken. Und das wiederum heißt konkret, dass wir eine repräsentative Umfrage gemacht haben. Es wurden über 1000 Menschen zufällig ausgewählt im Landkreis Unterallgäu befragt. Diese Befragung dauerte pro Person ungefähr eine Viertelstunde. Und eine der Kernfragen war schon auch jetzt gezielt auf die Gelbe Tonne, auf den gelben Sack. Was wünschen Sie? Ist es so, wie es jetzt ist, mit dem Verbringen, dem aktiven Verbringen des Gelben Sacks auf den jeweiligen Wertstoffhofen, ist Ihnen das lieber? Oder könnten Sie sich alternativ ein anderes System, also ein Hohlsystem, vorstellen? Das Ergebnis war relativ eindeutig. Das heißt, mehr als zwei Drittel der Befragten haben ganz klar tendiert in Richtung Hohlsystem. Und das wiederum war für uns dann schon auch ein Auftrag in gewisser Weise, dem Bürgerwillen, wenn man so will, nachzukommen. Und das steht im Mittelpunkt. Und indem wir den Bürgerwillen oder den Willen der Mehrheit der Bürger erfüllen, schaffen wir auch eine Basis für die Verhandlung mit den dualen Systemen. Das steht jetzt an. Das Hohlsystem hat sich in anderen Teilen Bayerns und Deutschlands bereits etabliert. In Augsburg gibt es schon seit Jahren eine Gelbe Tonne und in Teilen Oberbayerns wird der Gelbe Sack an der Straße abgeholt. Wir sind vom Unterallgäu in den benachbarten Landkreis Biberach gefahren. An einem Mittwoch begleiten wir die Müllabfuhr in Warthausen. Hier gibt es das Hohlsystem seit 2013. Vorher wurden die Wertstoffe, wie im Unterallgäu, zu den Wertstoffhöfen gebracht. Dass die gesammelten Wertstoffe hier in blauen Tonnen für Altpapier abgeholt werden, ist eine kleine Kuriosität. Auch hier war eine Gelbe Tonne geplant. Deren Bereitstellung war den dualen Systemen aber zu teuer. Jetzt wird an einem Tag im Monat das Altpapier aus der blauen Tonne abgeholt. Am Tag darauf wird die, dann mit gelben Säcken gefüllte blaue Tonne noch einmal geleert. Für den Landkreis Unterallgäu war das zu keiner Zeit eine Option. Das wird bei uns schon deshalb nicht gehen, weil wir die Altpapier-Tonne eingeführt haben mit der ganz klaren Ansage, liebe Leute, liebe Bürger, überlegt euch gut, ob ihr die Altpapier-Tonne haben wollt. Insbesondere in den Gemeinden, wo wir engagierte Vereine unterwegs haben, da gibt es einige Gemeinden, die das Altpapier sammeln, wollen wir unseren Vereinen, die damit Geld verdienen können, nicht in die Quere kommen. Es schaut zwar wirtschaftlich sehr interessant aus auf den ersten Blick, aber wir würden eigentlich das politische Ziel, nämlich den Vereinen die Gelegenheit zu geben, Finanzmittel zu erwirtschaften durch Sammeltätigkeit, damit zu nichtemachen. Und das ist nicht die Intention. Im Unterallgäu orientiert man sich da eher am Landkreis Günzburg, der ebenfalls ein Hohlsystem mit gelber Tonne eingeführt hat. Wenn es im Jahr 2019 dann soweit ist, gehen die Verantwortlichen davon aus, dass die gelbe Tonne von den Bürgern angenommen wird. Wir gehen davon aus, dass rund 90 Prozent der Leichtverpackungsabfälle künftig über die gelbe Tonne erfasst wird und dann noch lediglich 10 Prozent der erfassten Menge am Wertstoffhof angeliefert werden wird. Es ist eine Ergänzung zum bestehenden Bringsystem, denn wir wollen natürlich gleichzeitig auch sicherstellen, dass all jene, die nicht die Gelegenheit haben, eine Tonne zu stellen, die Möglichkeit haben, ihre gelbe Säcke ordnungsgemäß der Verwertung zuführen zu können. Und es ist neu, es ist eine Erleichterung für die Bürgerinnen und Bürger, die aufgrund ihrer Berufstätigkeit Probleme haben, die Öffnungszeiten wahrzunehmen. Und es ist einfach mehr Komfort, weil ich damit flexibler werde, was die Entsorgung anbelangt. Dass der Landkreis zu seiner eigenen Idee steht, ist klar. Aber wie finden die Otto-Beurer die Idee mit der gelben Tonne? Die meisten, die wir gefragt haben, können sich mit der Idee anfreunden. Ich finde es gut, man hat einfach weniger Arbeit damit und so wie hier mit sehr viel Müll, klar, nutzen wir den Wertstoffhof, also auf jeden Fall. Wird von zu Hause abgeholt, oder? Ja, ich finde es schon gut. Ja, vor allem, also für die Leute, es gibt ja Leute, die kein Auto haben. Alte Leute, wenn ich die immer sehe, mit dem Kerlchen oder so. Also ich finde das schon gut. Und ich finde, also, dass man immer extra herfährt und so. Also ich finde es, also ich glaube, besser, wenn gesammelt wird. Trotz allen Sammelns werden die meisten wohl immer noch zum Wertstoffhof fahren. Herkommen tut man auf jeden Fall. Man hat Glasmüll, man hat Dosen zum Entsorgen. Okay, die kommen ja in gelben Sack normal auch mit rein. Aber man fährt halt statt einmal die Woche vielleicht bloß noch alle zwei, drei Wochen hierher. Es gibt aber auch Otto Beurer, die keine Tonne wollen und die auch den gelben Sack, den es momentan gibt, nicht benutzen, sondern daheim trennen und so dem Wertstoffhof noch eine ganz andere Seite abgewinnen können. Ich bin noch Selbstversorger, also ich fahre es getrennt her in zwei Plastikbeutel oder Taschen. Wir haben da hinten so größere Taschen, die man mehrmals verwenden kann und haben schon Papier und Blech und Flaschen daheim getrennt und versorgen das hier. Und ich bin ein, ich mag das da, so Abwechslung auch da rauf und die Leute sind nett und so. Und ja, ich bin nicht, ich habe keine gelbe Tonne. Und weil nichts so gut ist, als dass man nicht doch etwas Schlechtes daran finden könnte, ist das Hauptargument gegen die gelbe Tonne immer noch der Platz. Der Gedanke, sich neben der Hausmüll, der Bio- und der Papiertonne jetzt auch noch eine Tonne für Wertstoffe vors Haus zu stellen, erschreckt dann doch einige. Das ist halt, da musst du wieder Platz haben, wo stellst du die Tonne hin. Das ist alles vielleicht dafür und wieder. Aber ich finde es generell gut. Das hat man auch bei der Bürgerumfrage des Landratsamtes oft gehört. Aber das Argument kommt dann doch nicht gegen die Vorteile, die die gelbe Tonne mit sich bringt, an. Man hört natürlich auch, ja, nochmal eine Tonne, noch mehr Platzaufwand. Also in vielen, vielen Fällen, wir sind im ländlichen Raum und leben nicht so wahnsinnig beengt, ist der Platz vorhanden. Und dort, wo es vielleicht ein bisschen eng wird, möchte ich dann schon auch mal vermerken, derjenige, der heute den gelben Sack hat und auch befüllt, der braucht für das Bereithalten des gelben Sacks ja auch Plätzle. Die Wertstoffhöfe im Unterallgäu bleiben auch nach 2019 auf jeden Fall erhalten. Durch die Abholung der gelben Tonne verspricht man sich allerdings einiges an Entlastung für die Wertstoffhöfe. Der Leiter des Wertstoffhofes in Ottobeuren, Manfred von Uminski, ist da vorsichtiger. Weil die gelbe Tonne ein freiwilliges Angebot ist, rechnet er nicht mit viel Veränderung. Ich sehe das nicht ganz so eng. Also wenn nur die Hälfte von denen, die bisher bei uns immer gesagt haben, ich will das so behalten, also dann ändert sich bei uns nicht viel. Glaube ich nicht. Nee? Nee. Samstags ist immer Großkampftag. Eigentlich heute ist es ein bisschen ruhiger, aber sonst haben wir eigentlich immer Großkampftag. Also ich sehe positiv in die Zukunft. Also den Wertstoffhof und euch wird es auch danach noch geben? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil allein schon wegen Karton oder Schrott oder Elektroteile und so weiter, das bleibt ja sowieso bestehen. Müll, Mülltrennung und Müllvermeidung sind auch umweltpolitische Themen. Und beim Thema Umwelt kann die gelbe Tonne dann auch in anderer Hinsicht punkten. Ein Lastwagen im Monat, der den Müll holt, gegen viele Autos, die fast jeden Tag den Wertstoffhof anfahren. Wir haben das dann auch recherchiert und festgestellt, glasklar, es werden durch dieses Hohlsystem deutlich weniger Fahrten begründet. Und damit haben wir auch schon rein von dem Aspekt, den Sie gerade eben angesprochen haben, also CO2-Emissionen über Verbrennungsmotoren, absolut entlastende Effekte. Entlasten kann die gelbe Tonne also relativ viel. Die CO2-Bilanz, die Mitarbeiter der Wertstoffhöfe, die Bürger, die nicht mehr so oft ihren Abfall wegbringen müssen. Ob sie auch die Taschen des Landkreises und letztlich die der Bürger entlastet, wird sich in den anstehenden Verhandlungen mit den dualen Systemen zeigen. Ja, bis 2019 dauert es noch etwas. So lange müssen wir den Müll noch selber bringen im Unterallgäu. Und das war aus dem Unterallgäu und Memmingen für dieses Mal. Mich freuen wir, wenn Sie nächstes Mal auch wieder einschalten. Bis dahin, auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017